Wir beschäftigen uns ja mit PNI, Psychoneuroimmunologie. Heute kommt das N dran, eben die Neurologie dazu. Mein Gast, Professor Stefan Hockertz, ist die perfekte Person, um so etwas zu besprechen. Herzlich willkommen und schön, dass wir uns wieder unterhalten dürfen über so ein wichtiges Thema. Also wir sind beim N. N steht für Nerven- oder Neurologie. Geht es hier um das Gehirn oder auch um die peripheren Nerven? Wenn wir von Nervensystemen sprechen, dann sprechen wir natürlich von allem. Das heisst, wir sprechen vom zentralen Nervensystem, also Gehirn, Rückenmark auf der einen. Und wir sprechen natürlich auch vom peripheren Nervensystem und in diesem Fall sogar verstärkt vom peripheren Nervensystem. Wir haben uns über Psyche unterhalten in der Vergangenheit. Die Psyche, die ich schon eher im zentralen Nervensystem festmache, wenn man das so sagen darf. Und wenn wir uns jetzt das N in PNI näher anschauen, dann schauen wir uns auch für dieses Makrosystem an. Also ein Organsystem, was über den gesamten Körper verteilt ist, was nicht zentralisiert ist. Und wäre der Schwerpunkt des N in PNI, ist das Nervensystem, also das periphere Nervensystem. Die Menschen sagen ja schnell, ja, meine Nerven, ich habe schwache Nerven. Oder es nervt mich. Richtig. Da kann man sehr schnell feststellen, dass das Nervensystem zudem auch Teile in der Steuerung des Hormonsystems gehören. Also auch PNI hat immer auch die Hormone mit im Blick als steuernde Substanzen, die auf das Nervensystem eine Rolle oder die auf das Nervensystem sich auswirken. Und das ist richtig. Es ist etwas, was uns jeden Tag, jede Sekunde, jetzt wo wir uns unterhalten, spielt unser Nervensystem eine große Rolle. Und ein zentraler Funktionsmechanismus des Nervensystems ist das sogenannte Aktionspotenzial. Das heisst, dass wie mit einem elektrischen Strom Informationen durch getrennte Bahnen unseres Körpers, die das Nervensystem halt ausmachen, dieser elektrische Strom fließt und Informationen uns bringt. Das ist letztendlich, daraus bestehen wir. Jetzt, ich habe gelernt im Studium, dass der Mensch mit einer bestimmten Anzahl Nervenzellen, Hirnzellen, auf die Welt kommt. Ich weiss die Zahl damals nicht mehr genau, wahrscheinlich 100 Milliarden. Und damit müssen wir leben. Also ein Baby hat so viele Hirnzellen, die wachsen noch etwas bis zur Erwachsenengrösse. Aber schon im Kindesalter beginnen sie, die ersten abzusterben. Durch Alkohol, andere Gifte sterben die ab. Also das heisst, unser Nervensystem schrumpft im Laufe des Lebens. Hat man da neuere Forschungserkenntnisse? Zunächst einmal glaube ich, dass dein Wissen, was du vor einiger Zeit dir universitär angeeignet hast, dass sich da nicht allzu viel geändert hat. Die Nervenzellen, die sich teilen können, ist die absolute Seltenheit. Wir sehen es im peripheren Nervensystem. Wenn ein Nervenweg unterbrochen worden ist, dann können das in ganz geringem Maße Nervenzellen wieder miteinander verbinden. Also das sind höchstens Mühmeter im Abtrennen. Wenn es schon ein Millimeter ist, dann wird das schon ganz schwierig. Es gibt da verschiedene Forschungsrichtungen, die sich damit beschäftigen, bis hin zu Spinnenseide, die man sozusagen dann legt. Aber wir kennen das von der Querschnittslähmung. Eine kleine Unterbrechung des Nervensystems führt eben dazu, dass dann tatsächlich es nicht wiederherstellbar ist. Das gilt auch fürs Gehirn, dass die Nervenzellen sich nicht vermehren, dass sich aber durchaus, was sich vermehrt, ist etwas ganz anderes. Es vermehrt sich die Nutzung. Das heißt, wir müssen unterscheiden zwischen der Anzahl von Zellen, das sagt uns eigentlich erstmal mal gar nichts aus, und die Anzahl der Vernetzungen zwischen den Zellen. Und die steigt. Mit jedem Lerneffekt sind wir in der Lage, mehr Vernetzungen, was ich vorhin damit meinte, Aktionspotenziale, zwischen diesen Nervenzellen herstellen zu lassen. Und wenn wir gelernt haben, dass ja vielleicht auch nur eventuell 30, 40 Prozent unseres Gehirns tatsächlich ausgelastet ist, von dem Rest wissen wir nicht, wozu es da ist, sicherlich nicht nur, um den Kopf zu füllen, sondern eventuell, um eine Reserveposition zu haben, um eben weitere Verknüpfungen herzustellen, dann erachte ich das als gar nicht so schlimm, wenn die Nervenzellen sich nicht vermehren. Wir sehen es auf der anderen Seite, wenn Gehirnzellen sich vermehren, dass dann auch Tumore entstehen können, ganz schlimme Gliome. Das möchten wir nicht sehen, weil dadurch anderes Gewebe verdrängt wird. So ist es aber tatsächlich so, dass wir nicht die Anzahl der Zellen eine Rolle spielen, sondern die Anzahl der Vernetzungen. Und das ist Lerneffekt. Genau. Das ist die sogenannten Synapsen, oder? Richtig, so könnte man das auch nennen, ja. Weiss man, wie viele Synapsen oder eben solche Vernetzungen eine einzige Zelle haben kann? Also ich weiss es nicht. Ich glaube, das ist etwas, das ist eine ganz, ganz interessante Frage, wo wir so hinkommen, wie ist sowas eigentlich mal entstanden? Und da bin ich mittlerweile der Auffassung, wenn wir da darwinsche Grundlagen zugrunde liegen, bekommen wir ein Argumentationsproblem. Das kann nach meinem Dafürhalten, gerade das Entstehen von Synapsen, nur Schöpfung gewesen sein. Aber was passiert, wenn sich diese Synapsen vermehren? Werden wir dann intelligenter? Lass uns da mal Intelligenz bitte definieren. Auch gerade in der heutigen Zeit stelle ich ja fest, dass da, wo wir Intelligenz vermuten würden, also bei den, darf das ja sagen, bei den Professoren an den Universitäten, gerade in den letzten zwei Jahren, es fällt mir auf, dass da ganz wenig Intelligenz vorliegt. Ansonsten würden sie sich nicht so verhalten. Die Intelligenz würde ich eher einordnen wollen im Bereich der sozialen Intelligenz, der zwischenmenschlichen Intelligenz. Es geht jetzt nicht darum, wie man so schön sagt, ein Telefonbuch auswendig zu lernen. Das ist ja etwas, was du immer so gerne erzählst. Der Arzt und der Ingenieur, beide werden gefragt oder werden ihnen einen Auftrag gegeben, sie haben ein Telefonbuch auswendig zu lernen und der Ingenieur sagt, warum? Und der Arzt sagt, bis wann? Das ist, glaube ich, Intelligenz. Nicht das Lernen als solches, dass sie nachher das Telefonbuch erzählen können, sondern dass sie hinterfragen. Dass sie ihren Kopf, ihren Kopf selbst benutzen, und dass sie nicht denken lassen, sondern selbst denken. Etwas, was, glaube ich, mit der Intelligenz etwas auszurechnen gar nichts zu tun hat, sondern das ist soziale Intelligenz. Und die können wir schulen. Das ist gar keine Frage. Und zwar bis ans Lebensende. Aber wie, was können wir tun, selber aktiv, um eben unsere Gehirnzellen zu fördern, Synapsen zu vermehren? Geht das über Training oder über Substanzen? Kennst du da Faktoren, die das besonders beschleunigen? Also, ich vergleiche gern das zentrale Nervensystem, das gesamte Nervensystem, ich vergleiche es gerne mit einem Muskel. Solange ich einen Muskel nicht benutze, wird er immer weniger und letztendlich wird er ganz dürr und erfüllt seine Funktion nicht mehr. Wenn ich mein Nervensystem, das zentrale Nervensystem, aber auch das Periphere, nicht nutze, dann stirbt es ab und wird es unbrauchbar. Das heißt eine Kombination aus, auf der einen Seite durchaus die Vermeidung von Giftstoffen. Ich sehe nicht nur jetzt die Stärkung, darüber können wir uns nachher noch unterhalten, aber ich komme ja aus der Toxikologie und sage, es gibt eine ganze Reihe wirklich gefährlicher Giftstoffe. Einer ist gerade dabei, dass er in unserem Körper selbst produziert wird durch eine ärztliche Maßnahme, was ich ganz fürchterlich finde. Das ist ein neurotoxischer Substanz, das nennen wir Neurotoxizität und diese Stoffe zu vermeiden, ist eine unserer Hauptaufgaben, denn die Schäden, die dann angerichtet werden, sind ja meist irreversibel. Wir erfahren das jetzt aus der Vergangenheit ganz häufig, dass Herzinfarkte gehören ja für mich mit zum Bereich der neurologischen Schädigungen. Dadurch, dass das Herz sich sozusagen nicht mehr selber richtig erregen kann und aus dem Takt gerät, ist das ja ein neurologischer Vorgang, genauso wie Schlaganfälle. Die sehen wir in letzter Zeit sehr häufig. Das sind zumeist sehr schwerwiegende Eingriffe im Bereich des Nervensystems. Und hier heisst es zunächst einmal, Giftstoffe vermeiden, insbesondere Giftstoffe, die wir nicht nur direkt aufnehmen, sondern eventuell sogar selber produzieren durch eine genetische Information. Ich denke, über Giftstoffe sollten wir uns noch etwas ausführlicher unterhalten. Und vielleicht zum Schluss von diesem Teil, was rätst du den Menschen, um das Gehirn zu trainieren? Wenn wir darüber sprechen, das Gehirn zu trainieren, dann spielen dort sicherlich auch eine Rolle, Musik, selber Musik zum Beispiel zu machen. Ich kenne ganz viele Menschen, die Klavier spielen. Das ist eine Kombination aus dem Händischen, also die Hände zu bewegen, nach Noten, dann den Gleichklang zu spüren. Das ist schon eine, oder überhaupt ein Musikinstrument zu spielen. Die Kombination aus musischer, kultureller Leistung und handwerklicher Leistung. Aber das Handwerk selbst, Sport gehört da sicherlich genauso zu. Aber auch ein Sport, der vielleicht gar nicht als Sport gesehen wird. Schach spielen ist ein unglaublich gutes Mittel, das zentrale Nervensystem zu stärken und hier eine gute Rolle zu spielen. Es muss nicht Schach sein, es kann auch menschärgerlich nicht sein. Interagieren mit anderen Menschen, sich eben nicht absondern. Nicht soziale Distanz, ein Begriff, der so fürchterlich in der letzten Zeit ja so häufig benutzt worden ist. zu pflegen, sondern soziale Nähe, Austausch. Das ist ganz entscheidend. Wir schliessen hier den ersten Teil ab und der zweite folgt sogleich. Wir besprechen im nächsten Teil Giftstoffe für das Gehirn, aber auch aufbauende Stoffe. Die sind ja noch viel wichtiger.